Die zweite Runde hier von Trouble in Terrorist Town. Wieder mit dabei die Julia. Hallo. Der Kraxel. Moin Moin. Tobi. Äh, Tobi. Kobi und Lars meine ich natürlich, Entschuldigung. Moin. Hallöchen. Wunderschöne, guten Morgen. Ich selbstverständlich innocent, ne? Wissen Sie das? Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, weißt du? Du bist so innocent wie der Smoothie. Wow. Das tollte eigentlich die Überleidigung. Das habe ich gemerkt, also, boah. Die Whitewitzes sind echt nice. Erstmal die Map erkunden. Ja, ja, ja. Ey, da haben wir jahrelang dran gefeilt. Da haben wir extra die Mickey Mouse gekauft. Ja, stimmt. Stand das da drin, oder was? Na sicher, die Witze-Abteilung. Wie hieß die eine Seite da immer, die da relativ in der Mitte war? Weil immer meistens ein Streich und solche Sachen dastanden. Dachtest du, du meinst jetzt die Bravo, wo die ganzen nackten Frauen und Tüten drin waren? Nee, 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 schon Mickey Mouse. Hä, da hast du gesperrt, ne? Die Mickey Mouse nie gekauft, ehrlich gesagt. Ich hatte kein Geld. Muss man auf irgendwas achten, wenn man Leitern runterläuft? Äh, ja, dass du nicht runterfällst. Man sollte sie runtergehen und nicht runterfallen. Ja, dass man nicht runterfallen sollte, ist mir schon klar, aber... Ja, dann, dass du dir dabei nicht wehtust, wäre noch ganz angebracht. Okay. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also, klar, du musst schon vorsichtig rangehen und, äh, versuchen, das Beste daraus zu machen, weil sie sind teilweise echt tricky. Mhm. Wie dolle bin ich hier, ey? Alter Falter. Oh, gibt's hier denn hier einen Fired-Button gar nicht? Ich, guck, in die Häuser kommen wir doch auch rein, oder? Ja, ja, bei den Türen. Teilweise kommst du rein, nicht überall, weil was, was... Was? What? Ah! Room above the map, komm, ach so, okay. Wollt's schon sagen. Ja, da ist irgend so'n Melonenbollen oder so oben dann. Ja, 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 ja. Wollt's schon sagen, was? Ich hab... Boah, ich glaub, hier ist eine andere Waffe, glaub ich, angebracht. Espectator. Ja, Waffenschwinden ist hier fair, äh, schwer, ne? Hm. Naja, in den Räumen. Uah! Uah! Oh Gott, dann hier erschrocken. Hallo! Also, ohne Witz, ich könnte mich hier so verbandet werden. Wow, wow, wow! Bobby schießt auf mich. Hallo! Nee! Hallo! Du zieht sich Ziele. Alter! Ich werd' beschossen, da ist jemand drin, da ist jemand... Wer hat da auf mich geschossen? Warte mal, wie bist du denn da hoch reingekommen? Da hoch rein? Wo seid ihr denn eigentlich? Von oben rauf. Irgendjemand hat sich auf mich geschossen, ey. Da, da, da! Der Kobi ist... Was? Ich bin oben... Der Kobi, was? Uah! Ja! Oh, ah, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Entschuldigung. Es war... Oh, 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 oh! Da, da hinten ist eine Melone oder irgendwas auf mich geflogen, ich lebe noch, aber... Aber oben auf den Dächern ist einerseits... Nein, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten... Felix, 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 glaub ich, hat eine Melone auf mich geschossen. Wir hatten uns schon gegenseitig. Irgendj... Nee, nee, vom... Es hat grad jemand auf mich geschossen. Hall of Game wirft die ganze Zeit Granaten runter. Ja, ey, das ist ein Smoke. Okay, ja. Also... Also, alles easy. Klaxe, du siehst meine HP. Und da hinten war Felix. Julia, Julia, komm mit. Komm mit, komm mit, Julia, komm mit. Da hinten war Hall of Game auf jeden Fall. Ich vertrau dir jetzt einfach mal, Julia, komm mit. Ja, ich bin hier hinten bei diesem Haus. Oh Gott, diese Leiter, die macht... Ich sollte keine Leiter anlaufen. Ich glaub, ich krieg das nicht hin, ey. Ich vertrau dir, Julia, ohne Witz jetzt, ne? Ich dir auch? Scheiße. Ich geh auch mal wieder runter vom... Aber ich bin immer noch der Meinung, es ist Felix. Ich, äh, weil... Also, ich war im Fenster, hat mich jemand angeschossen. Ich weiß aber nicht, wer es war. Gegenüber war nur Kobi auf dem Dach. Es kann eigentlich nur Kobi gewesen sein. Ja, aber von der Richtung, wo ich angeböllert wurde, war Felix. Wie bitte? Ne, Felix war erst unten. Ich war mit dir auf dem Dach. Ah, ich werd schon wieder beschossen. Ich werd schon wieder beschossen. Es ist Julia, oder... Ne, Julia ist es nicht. Julia ist es definitiv... Julia ist es nicht. Ja, dann ist es Hall of Game. Es ist Felix. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, dann kannst du ja nur noch... ins heiße Feuer. Also, er hat, glaub ich, auch ne Waffe, mit der er sniperen kann. Wow. Ich werd beschossen. Okay, da ist Hall of Game. Ich kann... Ich kann... Nein! Nein! Warum ist keiner von euch gestorben? Kratsch, ich hab dir voll auf den Kopf gezielt. Ja, aber ich hab'n... Ich hab'n... Ruhes Kopf. Also, da kommst du nicht so einfach durch mit deiner Pistole. Du saß da so schön ruhig. Ich hab' dir genau auf den Kopf gezielt und du fällst nicht um. Und auch die Melone, warum du nicht gestorben bist. Aber ich glaub, die hat dich komplett getroffen, leider. Aber es war auf jeden Fall schön, wie ihr danach kurz aufeinander schießen wolltet. Nein, nein. Und ich bin einfach nur mit einem verschwunden. Ich hatte kurze Panikattacken. Was soll ich denn machen, Mensch? Panik! Panik! Ich wusste auch nicht, was da los ist. Passiert da was? Da passiert Lars. Was passiert denn da? Ich bin innocent. Wie immer, Lars. Ich will mal Traitor sein. Ja. Mann. Kannst du auch mal Traitor sein. Nee, ich bin innocent. Ich hab' jetzt eine Aufgabe. Ja, bitte. Ich will jetzt da... 1,2,2. Ja, das auch. Ich will da jetzt hin, wo du warst. Wie bist du da hochgekommen? Äh, wo bist du denn gerade? Ich würd's dir erklären. Wieder die... Nee, 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 nee. Doch, wirklich. Ich hab' mit F. Dir passiert schon nicht. Ach, meint das. Warum kommen wir nicht die Hasen zeigen? Abgeschlossen. 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 Die Stahlte vier weitergehen können, mindestens. So ein... Uh. Ja, wurde geschossen. Ja, das bin ich. Ich versuche gerade eine Tür aufzuschießen. Auch kommt man nicht hoch. Du sollst eine Tür aufschießen? Ja, ja, so klingt's natürlich doof, wenn du es so wiederholst. Julia? Jaaaa. Okay. Wollten wir mal gucken. Kobi? 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 Jaaaa. Kobi? Jaaaa. Kobi? Wie bist du da oben zu diesem Fenster gekommen? Ja, würde ich euch ja gerne zeigen, aber ich weiß nicht, wo ihr alle seid. Ich suche euch gerade. Ich bin bei diesem, auf der einen Hausseite. Ihr habt's gefunden, ey! Achta, warte, warte. Das ist eine gute Beschreibung, oder? Felix, bleib stehen, Felix! Ich bin oben auf dem Dach, warte, ich komm runter. Ja, ja, okay. Ah! Oh! Was passiert da? Nix. Bin erschrocken. Der Boden ist eingekracht. Da würd ich mir Sorgen machen, ey. Ohne Witz, also. Alter, das dick bin ich doch gar nicht. Aber ich vertraue dir gerade eben nicht, ne? Du willst dich hundert%ig wegschieben. Komm mit Felix, willst du's sehen oder nicht? Ja, ja. Ach, man kann das aufschießen. Hier rein. Nein, 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 nein. Du gehst vor. Du hast dich, du hast dich trotzert. Felix ist hinter mich, wenn ich gleich sterbe. Ja, ja, das ist okay. Also, Klaxer ist bei mir. Wenn ich tot bin, ist er das. Ah, so kommt man hier rein. Ja, Mann. Okay. So. Echt? Ich klasse jetzt einfach mal. Ja, kannst du gut. Hier sind, halt, in irgend so einen Räumen sind da ... Oh, pass auf, hier ist Julia angebrochen. Ne, ne, ne. Alles gut. Ich hab gar nichts gemacht. Ne, doch, da ist ein Loch und du hast gesagt, du war angebrochen. Also bist du nicht geblutzt. Na, 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 na. Nein, 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 bleib, bleib mir fern. Ihr macht bumm die ganze Zeit. Entschuldigung, es gab gestern schon die Konkane. Haha, wow. Nicht runterschubsen. Ich sag's dir. Nein, mein Bett ist wieder weggeflogen. Bleib da liegen. Okay. Ich höre da was? Ich höre da was? Nein, bleib, 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 bleib mir fern. BG, G, G, G. Geh da raus. Geh da raus. Geh da raus. Geh zu ihm. Dann erschieße ich dich, weil ich Angst habe. Geh weg. Geh raus. Vielleicht ist das nur ein Vorwand, um dich zu erschließen. Ey, Junge. Wo seid ihr denn? Wo bist du langgelaufen? Oh. Ja, genau. Was macht ihr denn hier? Wir gucken. Wir klären auf. Wir sind im Horrorhaus. Guck mal, da ist schon mal Felix. Ja, du bleibst da drin. Nein, ich will da nicht. Ich will da nicht duschen, oder was ist da los? Verbaldikadier jetzt hier, oder geht aus. Hä, ist da die Julia drin? Ja, ja, die ist hier vorn. Hier, hier. Seid mal. Da. Ja, komm, wir gehen zu dritt da rein. Hallo, Akbar! Oder was? Nein! Ich versteck mich hier einfach. Hier ist der Lars, ist hier. Also, wir sind gerade zu viert hier, oder? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Einer hat immer keinen Plan. Ja, der Traitor. Wir haben uns zwei, Mädels. Ich bin raus. Tschüss. Da ist jemand gestorben. Das heißt, es kann nur die Julia gewesen sein, oder der Felix. Na, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ja, dass du Traitor warst. Na, der Lars ist hier auch noch, also. Oder? Achso, ja, dann ist Lars, weil ich vertraue dir einfach mal. Wow. Oh. Wer ist jetzt? Warum schießt ihr? Ja, weil er auf mich geschossen hat. Du bist Traitor. Nein! Fuck! Das war natürlich eine doofe Sache, ne? Ich habe mir das ganz entspannt angeguckt, was da passiert, ey. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warte mal, wir waren jetzt noch im Haus, weil Kraxel war plötzlich weg. Julia war vermutlich tot und dann war es so, hä? Äh, das war so ein bisschen langsam in meinem Kopf, dass du es da nur noch sein konntest. Ach, Kraxel war es, oder? Nee, 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 das war es gewesen. Das war es. Aber das war bei mir ein bisschen langsam im Kopf, das Schalten. Ja, ehe das da anfängt, sich zu bewegen, dauert halt ein paar Minuten. Ja. So, in der dritten Runde. Ach, jetzt! Jetzt aber. Oh, ist ja schon vorbei. Das war jetzt aber nicht mit Lass. Innocent findet man echt schwer Waffen, ne? Boah, das ist wirklich innocent. Ich bin auch innocent jetzt wieder tatsächlich. Ich höre hier eine, eine... Ich wollte eigentlich mehr Leute mit dem Melder untertreppen. Eine Crowbar. Ja, das war ich. Klaus, ich bist du's. Hab wild durch die Gang gehauen. Wo seid ihr denn wieder, Ali, ihr sehr schrecklich, liebe Leute? Oh, ich komme rein. Ich habe noch nicht mal eine Waffe gefunden, hier. Ich habe einer. Wer schießt denn da? Ich weiß nicht. Hallo! 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 Kann ich den? Wanden mit dem Magnetostik mit dem? Guck mal. Nein. Ach, schade. Du wolltest jetzt den Hydranten herausreißen, ne? Ja. Ich wollte den mitnehmen. Ja, okay. Du wolltest... Du wolltest... Nochmal, du wolltest einen Hydranten herausreißen? Ja. Geht aber nicht. Läuft bei dir. Da hinten ist der Julia, die zieht auf mich, beziehungsweise auf euch. Auf uns? Wo? Da ist der Kobi und da ist der Lars. Okay. Und wo ist der Kraxel? Ich war vor dir. Hier ist er doch. Das Felix. Mhm. Okay. Da ist der Kraxel. Das ist mir ein bisschen suspekt, was ihr hier treibt. Ich habe dann gefunden. Julia, was machst du da oben auf dem Dach? Gucken. Okay, wenn ich dazukomme? Ähm... Nein. Komm, wir gehen alle aufs Dach. Wow. Okay. Wow. Wow. Are you serious, bro? Oh yeah, bitch. Na, komm, bleib mal. Geh wieder da hoch. Ab hoch mit dir. Nein, du gehst hoch. Ja. Haha. Das ist verdächtig, Julia. Geh da einfach hoch. Ja. Alter. Felix, sie holt auf den Schraren. Ich bin hier platziert. Wow. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jungs, da glaube ich hat es so ziemlich alle erwischt jetzt, oder was? Kobi, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir müssen reden. Ja, was denn? Ich finde das nicht in Ordnung, was du da gerade gemacht hast. Ja, ich fand das super. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht so nett. Du könntest mir jetzt einen dezenten Hinweis geben, wo du dich versteckt hältst. Ich verstecke mich nicht. Ich suche dich. Ah. Come and find me. Du kannst mir ja sagen, wo du dich versteckst. Nee. Oh, ich habe es explodieren gehört. Ja, ja, ja. Das war der Lars. Den hat es zerrissen. Nee, der war schon voll. So nachträglich. Ja, ich habe sie schon gesehen hier am Boden. Das tut doch weh, was du da machst, oder? Was? Na, du hast ja doch gerade mindestens den kleinen C gebrochen. Ich habe es doch gehört. Ja, das heißt, du bist ganz in der Nähe. Vielleicht. Oh je, ich habe eine Tür gehört, die du gerade geöffnet hast. Mhm. Gut kombiniert. Du brichst nicht noch mal ein. So. Das ist halt jetzt blöd, ne? Du musst mich halt jetzt finden. Mhm. Was machen wir denn da? Naja, ich bin am Sprinten, ne? Ich habe dich gefunden. Schön. Wie geht es dir da hinten bei den Elektro-Gedöns-Dingern? Elektro-Gedöns? Okay. Ich kann dir auf alle Fälle schon mal sagen, dass du sehr... Wow, verschwinde! Ich werde hier von dem Bett genervt. Ja, wenn du Pech hast, schlüpst du da durch. Ich weiß. Kacke. Oh, jetzt hat es abgelaufen. Nee, hä? Ach so, äh, ja. Wir sollten doch klären, ne? Die Gegenstände sind extrem OP eingestellt. Bitte, wenn ihr tot seid, keine Leute killen damit. Wir sind gerade echt zu dritt da an dieser Leiter geschoben. Ja, wir sind zu dritt, zu dämlich gewesen, an dieser Leiter zu sterben. Ich wollte eigentlich erst warten, bis wir alle auf dem Dach sind. Ach, da oben warst du. Ich weiß auch nicht, was da los war, ey. Vor allem, du sagst, ich soll runtergehen. Ich wollte runtergehen, aber bin irgendwie an der Leiter hängen geblieben und bin nicht weggekommen und dann waren wir tot. Ah, dieser scheiß Friendship Beam. Nee, nee, boah. Na, ey, ey. Der war schon ziemlich gut gemacht. Lagen wieder alle drei Bibelstellen nicht abgeholt, weißt du? Ja, ja. Das war richtig gut, dass wir wieder gelegen haben. Reiße. Naja, gut, okay. Uh, ich nehme mir erstmal eine schöne Wanne hier. Schönes Badewasser einlassen. Mhh. Ba, 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 ba. Haben wir hier hinten auch irgendwas? Realness Mode activated. Äh, okay. Ich bin übrigens wieder Innocent mal wieder. Ich wäre mal gerne, ich war in zwei Folgen jetzt hier noch kein Traitor. Das ist ein bisschen nervig. Tja. Vielleicht bist du es ja jetzt. Nein, bin ich nicht. Ich bin, ich bin unschuld verblattet. Ohne Witz. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, das Traitor sein. Okay. Du musst einfach nur Leute töten. Ja, aber das ist... Lars, kaufst du gerade eben? Ne. Sicher? Ja. Achso, du chillst einfach im Truck, ne? Genau. Hier mit meinen Waffen und so. Ich will aber die Shotgun da hinten haben, also gehst du ganz kurz raus? Kann dir die zuwerfen. Ja, das wäre auch nett. Wenn ich jetzt runterfall in den Toten bin, was klackst du? Warte mal, da kommt, da kommt Julia. Ich bin bei Julia, ich bin bei Julia, alles gut. Warum chillst du im Truck? Werf Waffen aus. Truck and Chill. Ich habe die Vermutung, er hat da ganz gechillt gesessen und gekauft. Wow. Das könnte sein. Das könnte sein. Also, er saß halt wirklich lange Zeit so drin, ja? Also, das finde ich auch sehr... Kobi, Kobi! Ja, warte jetzt. Lars oder Kobi? Ja, ich bin's nicht. Ich bin weggelaufen von da. Ich hatte Angst vor denen. Kobi, was hast du denn für einen Verdacht, dass es Kobi ist? Fangen wir mal so rum. Irgendwie hat er tanzt. Oh, ich glaube, der hat... Ach, Tobi hat der neben geschossen, okay. Das ist wirklich Kobi. Vielleicht kein Sniper dabei, ey. Andere Seite vom Haus. Andere Seite vom Haus. Hier liegt doch keine Sniper aus. Da muss ich mal in den Nahkampf gehen. Sheeranima. Uh, Leute. Pass auf, dass ich runterfällst, ey. Dass du da nur was brichst. Ja, scheiße. Ich hab' ich nicht gehört. Es war so dunkel. Oh Mann, ich setz mich auch noch da rein. Und zeig mir, dass du mal hast. Zeig mir doch, wie er da gesessen hat. Das hast du geil. Oh, ich hätt's mir denken können, ey. Warum saßt du in den Truck? Warum saßt du in den Truck? Äh, ich wollt' ihm nur zeigen, wie Lars da wirklich so gefühlt fünf, sechs, sieben Sekunden drin gesessen hat und sich bewegt hat, obwohl ich vor ihm stand. Ja, ich hab' nicht auf den Bildschirm geguckt. Ja, ja, genau. Wow, 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 was hast du dann gemacht? Ja, ich will gar nicht wissen, was der da gemacht hat, ey. Im Truck. Hei, jei. Ja, 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 ja. Jetzt wieder zum Truck, da liegen coole Waffen. Da sind auch voll weiße Flecken drin, ey. Okay, ich komm mit. Diesmal bin ich innocent. Ich bin innocent, ich bin nicht und schon voneinander, ich verspreche's, ich buchstabier's rückwärts, wenn du willst. Ich mein Truck. Ja, aber er ist auch hier. Ja. Kraxel ist erfahren, er hat das auf seinem... Da gibt's gar keine einschlägen Waffen mehr. Oh, oh, Kobi? Nee, 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 ich hab's links unten im Bildschirm stehen. Was hast du da stehen, Traitor? Nein, innocent. Ich bin so innocent, dass man mich nicht kennt. Ja, ich komm hier nach oben, nice. Geil. Oh, hier ist auch dunkel. Licht an. Ich komm, ich komm, nee, ich komm hier... Ja, hab ich schon, aber... Na toll, na toll. Wo soll das alles nur hinführen hier? Mit euch. Rabauken. Ins Verderben. Ja, ja, ihr merkt das schon. Entweder wurde gerade auf mich daneben geschossen. Keine Ahnung, aber ich hab was zu hören. Schlechte Schützen. Schlechte Schützen. Hier ist Kobi bei mir. Läuft weg. Ich will ins Haus rein, aber die Türen sind alle... Ah, hi. Na, Kraxel? Na, hallo? Wie geht's dir da so da oben? Gut, und dir da drüben? Ja, ist wunderbar. Wollte ich eigentlich nur ein bisschen stormen, ein bisschen beobachten, was du da treibst. Ja, ne? Ich hab Angst, dass du irgendwie auf Leute schießt oder sowas, weißt du? Ah, also was würde ich niemals machen. Nein, natürlich nicht. Nee, das wäre ja Quatsch. Absolut nicht. Das macht man doch nicht. Du als Innocent, ne? Irgendwo ballert's. Wo ballert's? Bei mir in der Hose. Oh. Wow. Ansage. Das ist kein Mal, der war richtig spät. Julia, bist du innocent? Ja, selbstverständlich. Kann man dir vertrauen? Nein. Ich dachte, ja, natürlich. Okay. Gut. Dank für die ehrlichen Worte. Oh, hier schießt Anna. Das wär ich. Hab bitte diegel auf die Antenne gefasst. Oh, was ist passiert da? Oh, 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 oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das könnte Felix gewesen sein. Was passiert da? Ja, ja, ich glaub, das war Felix. Oh nein. Wir werden alle sterben. Ich hab Angst. Fällt das auf mich drauf? Fällt das jetzt auf mich drauf? Fällt das jetzt auf uns drauf? Fällt das jetzt auf uns drauf? Fällt das jetzt auf uns drauf? Muss man im Haus sein dafür? und du es da. Es wird nur dunkel. Am Argen ist es schuster, da wird es einfach schuster. Jetzt müssen wir mal Fakten klären. Ich war auf dem Dach. Der Quaxel und der Lars auch. Das Aktivieren tut man da irgendwie da vorne in der Mitte. Oder macht man. Kobi, lebst du noch? Also war es Felix. Warum ich? Weil du bei dem Knopf warst. Lars und Felix sind beide auf dem Dach, wo ich gerade war. Die kamen auf einmal hoch. Ich wusste nicht, dass ihr hier oben seid. Dann darfst du mich gerne töten. Ich bin hier beim Lars. Lars töte ihn. Okay, Lars, bitte. Ich höre es nicht. Nee, warte mal. Also dann gehe ich wieder. Okay, tschüss. Wo ist denn es, Robi? Wie komme ich von der Leiter weg? Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Panik gerade. Oh mein Gott. 30 Sekunden noch, lieber Traitor, ne? Ich habe ihn gefunden. Sollen wir? Sollen wir? Sollen wir? Ich sag, dass es ist. Pass auf, hinter uns ist der Lars. Auf dem anderen Dach. Aber gut, 22 Sekunden. Aua. Panik. Wer schießt hier? Nein. Lebst du doch? Fall of Games ist hier unten bei mir. Ja, er ist das. Er hat auf mich geschossen. Ah, ich hängte an der Leiter. Ich hängte schon wieder an der Leiter. Ah. Ich hängte schon wieder an der Leiter. Ganz ernsthaft, keine Leiter ansteigen, Junge. Was ist denn los mit dir? Ja. Mann. Ich habe einen Parki so schön getötet, ohne dass jemand mitbekommen hat. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in der nächsten Map, wenn es heißt, schaltet auch wieder ein bei Trouble in Terrorist Town. Tschüss. Tschüss. Tschau.